Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 24. Januar. Heute haben wir dabei Apple, Amazon, Curve, Tetris und die Wikipedia. Beginnen tun wir mit der EU und Apple. Die EU möchte ja gerne einheitliche Ladestecker und Anschlüsse für alle Smartphones und vielleicht auch andere Geräte haben. Das hat sie ja schon mal in die Wege geleitet. 2009 ging es das erste Mal los und das hat auf jeden Fall schon mal bewirkt, dass wir heutzutage eigentlich nur noch Apples Lightning-Anschluss, immer noch USB-Micro-B, aber auch sehr viel USB-Typ-C haben. Ich selber bin ein großer Freund vom USB-C, mag aber auch Lightning, finde das auch einen guten Anschluss. Würde mich trotzdem freuen, wenn Apple da auch USB-C umsteigen würde, aber das ist ja hier nicht von Belang. Jedenfalls hat Apple sich jetzt dazu natürlich geäußert. Die möchten selbstverständlich Lightning weiter benutzen und sagen, dass die EU durch so ein Gesetz und so eine Vorschrift Innovationen verhindern würde. Und da bin ich durchaus voll bei Apple, denn sich jetzt so einen Ladeanschluss aufzwingen zu lassen, finde ich schon durchaus bedenklich. Auch wenn ich natürlich die Vorteile sehen kann, denn ganz früher die ersten Ladeanschlüsse konnten ja auch gar nichts und mittlerweile ist das ja nicht nur ein Ladeanschluss, sondern ein Multifunktionsport. Also, warten wir mal ab, ob die sich da einigen oder ob das erstmal nur von der EU mal eine Idee reingeschmissen ist und sich dann eh nicht umsetzen lässt. Was sich auf jeden Fall umsetzen lässt, oder was umgesetzt wird, ist, dass Amazon die Plus-Produkte abschafft. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die Plus-Produkte, das ist so Kleinkram, habe ich ganz häufig im Office-Bereich, sprich halt Tacker, Umschläge. Das musste man ja bisher als Plus-Artikel sammeln und konnte es erst bestellen, wenn man insgesamt 20 Euro hatte oder halt bei einem teuren Artikel einfach dazu gepackt hat. Und diese Grenze fällt jetzt, man kann also praktisch halt ein Stapel Umschläge oder Briefpapier, Kopierpapier für 3-4 Euro einfach bestellen. Es ist kein Plus-Artikel mehr, es wird nochmal im Rahmen von Prime auch kostenlos nach Hause geliefert. Und ja, dadurch verspricht sich Amazon neue Kunden und der Rest ist bestimmt zufriedener. Thema Umwelt ist jetzt nochmal ein anderes. Und Apple Pay, mittlerweile machen ja ganz viele Banken mit, also nahezu gefühlt wöchentlich könnte man schon wieder eine neue Bank verkünden. Und das machen wir ja schon gar nicht mehr hier im Geek Talk, aber jetzt ist ein neuer Partner on Board und zwar Curve. Die Kreditkarte Curve ist jetzt auch Apple Pay fähig. Und warum ist das so bemerkenswert? Wenn ihr Curve nicht kennt, das ist eine Karte, die praktisch alle eure anderen Kreditkarten sammelt. In der App wählt ihr aus, welche Karte die, sag ich mal, duplizieren soll, die gerade genutzt wird und dann könnt ihr damit bezahlen. Und das ist praktisch halt so eine eierlegende Wollmichsau als Apple Pay Lösung, wie es Paypal für Google Pay ist. Ihr kriegt damit im Prinzip jede Kreditkarte da rein. Also tolle Sache. Ich werde es jetzt auch mal ausprobieren. Ich habe Curve vor zwei Jahren mal angeschafft, wollte auch was darüber berichten, Video machen. Und das kann ich in dem Rahmen jetzt eigentlich mal tun. Gestern haben wir ja darüber geredet, dass Electronic Arts Tetris aus den Stores genommen hat bzw. nimmt. Und wir wussten nicht warum und jetzt wissen wir es. Electronic Arts hat die Lizenz nicht mehr. Entschuldigung. Von Tetris. Ja, keine Lizenz, keine Spiele. Und wer hat die Lizenz? Das ist die Firma Network, geschrieben mit einer 3 als E. Und ja, mal heute direkt auf Apple, also im iOS Store und für Android im Google Play Store, haben sie direkt erstmal diverse Varianten von Tetris Spielen rausgehauen. Ihr könnt euch da also neue runterladen. Gegebenenfalls natürlich auch ingeben, dafür nochmal zahlen, wenn ihr wollt. Und wieder Tetris spielen. Also, wenn ihr das gestern schon vermisst hattet auf einmal, könnt ihr es euch heute wieder geben. Und letztes Thema für heute. Ihr merkt, meine Stimme macht nicht mehr so lange mit, deswegen zum Ende. Die Wikipedia, ganz in kurz, hat einen neuen Meilenstuhl erreicht. Und zwar, Entschuldigung, haben wir in der Wikipedia jetzt über 6 Millionen Artikel in Englisch. Das ist beeindruckend. Das haben die jetzt in mehr oder weniger 19 Jahren geschafft. Und der 6 Millionen Artikel war ein Artikel zu Marie-Elise Turner-Lauder. Das ist eine Lehrerin aus Kanada, die aber auch Schriftstellerin ist aus dem 19. Jahrhundert. Und ja, Grund für ein Jubiläum. Und bevor meine Stimme hier jetzt heute ganz versagt, sage ich mal, kommt gut in den Freitag. Habt ein großartiges Wochenende, bleibt positiv. Am Montag hört ihr den Pukipsi wieder und die Woche auch nochmal mich in Vertretung. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.